Was ist das? Das ist das erste Auto. Das erste Auto für Zelt hatte ein Motor. In der Stab darf das Auto nur sechs Kilometer fahren. Bitte, fahre Sie mit. Sie führen langsam. Da kann Pferdewagen durch die Straße. Er überholte uns. Fahren Sie schneller. Der Pferdewagen überholte uns. Ich darf nicht. Sie haben es verboten. Fahren Sie schneller. Wir erlauben es. Das Auto ist heute ein wichtiges Werkesmittel. Es gibt verschiedene Arten vor Ort. Da kann es jetzt mal an. Ich darf nicht. Das Auto ist heute ein wichtiges Werkesmittel. Das Auto ist heute ein wichtiges Werkesmittel.